Die Gemeinde will den künftigen Schulbetrieb auf die beiden Standorte in Nersingen und Strass konzentrieren und die Grundschule in Oberpfahlheim aufgeben. Ihre Sanierung sei in Zeiten knapper Kassen zu kostspielig. Außerdem sei aus pädagogischer Sicht eine Zusammenlegung der Schulen langfristig viel sinnvoller, heißt es aus dem Rathaus. Ganz anders sieht das der Förderverein Pfahlheim e.V. erkämpft für den Erhalt der Dorfschule. Benjamin Rix ist der zweite Vorsitzende des Fördervereins. Wenn er von der Grundschule Oberpfahlheim spricht, kommt er regelrecht ins Schwärmen. Die Schule, wenn man sie sieht, die ist wirklich wunderschön im Grünen. Die Kinder können fußläufig zur Schule laufen. Wir wollen einfach nicht, dass die Kinder mit dem Bus zur Schule müssen, weil wenn sie in einen anderen Ortsteil gehen, dann wäre das gegeben. Und wir wollen auch nicht, dass ein Anbau in Nersingen passiert. Dann wird die Schule in Nersingen noch größer und das ist auch mitten im Wohngebiet. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen kurze Wege für unsere Kinder und die kleine Schule im Grünen erhalten. Aber die Hürden für den Erhalt der Grundschule sind hoch. Ja, um erfolgreich zu sein, braucht man natürlich aus allen Ortsteilen eine rege Beteiligung, dass die für den Erhalt der Schule stimmen. Bei einem Ratsbegehren brauchst du 20 Prozent der wahlberechtigten Bürger und man braucht natürlich auch die Mehrheit. Also wie bei jeder Wahl, du brauchst einerseits die Mehrheit und 20 Prozent müssen mit Nein stimmen und dann ist es für den Erhalt der Schule in Oberpfahlheim. Der Verein hat aber einen bedeutenden Fürsprecher, den Ulmer Drogeriemarktkönig Erwin Müller. Er selbst ging in Oberpfahlheim zur Schule und will sie deshalb erhalten. Wenn ein Mann wie Erwin Müller da sich ganz klar positioniert und ausspricht, da haben wir extrem viel positiven Feedback bekommen. Und ich finde es auch die Verbundenheit, dass ein Mann, wenn er wirklich da zur Schule gegangen ist, dass er sich dann dafür einsetzt, da auch wirklich seinen Namen dann als Unterstützer herzugeben. Das finden wir natürlich schon wirklich großartig und wir sind auch sehr dankbar dafür. Sollte die Oberpfahlheimer Schule erhalten bleiben, würde Müller eine Million Euro für ihre Sanierung zuschießen. Die komplette Sanierung soll rund 3,3 Millionen Euro kosten. Gut investiertes Geld, sagen die einen, die reinste Geldverschwendung die anderen. Am Sonntag entscheiden die Nasinger Bürger darüber, wie es weitergehen soll. Das war's für heute. Ich bin Harry Kist, Nachrichtenchef von Donau3FM. Einen schönen Tag noch und bis bald.